Liebe Gläubige, ich bin der Bischof Stefan Oster aus Passau und bin dankbar, dass ich mit Ihnen in der nächsten Zeit den Kreuzweg unseres Herrn Jesus Christus betrachten darf. Was ist der Kreuzweg? Zunächst einmal ganz wörtlich gesehen ist es der Weg, den Jesus in Jerusalem auf den Hügel Golgotha gegangen ist, mit dem Kreuz, wo er dann am Kreuz gestorben ist. In Jerusalem heißt dieser Weg Via Dolorosa, die schmerzensreiche Straße, der schmerzensreiche Weg. Am Straßenrand fanden dann immer einzelne Stationen statt, wo die Menschen der verschiedenen Dinge gedacht haben, die Jesus dort erlebt hat. Also zum Beispiel, wo er gestürzt ist. Das steht jetzt nicht in der Bibel, aber das ist in der Traditionsbildung da. Dreimal ist er gestürzt oder wo er den Frauen von Jerusalem begegnet oder auch wo er seiner Mutter begegnet. Viele solche Stationen kann man dort nachgehen. Das hat die Tradition festgehalten. Und dieser Kreuzweg ist dann eine Gebetsform, eine Frömmigkeitsform in der Kirche geworden. Spätestens seit dem 18. Jahrhundert ist in jeder katholischen Kirche ein Kreuzweg mit 14 Stationen angebracht, wo er beginnt mit der Verurteilung Jesu zum Tode bis hin zur Grablege. Jesus wird ins Grab gelegt als 14. Station. Was ist der Sinn, dass wir diese Andachtsform begehen, den Kreuzweg nachgehen, innerlich nachgehen? Mehrere sinnhafte Vollzüge. Natürlich ist es zunächst Gebet. Wir beten für unsere eigenen Kreuze, die wir im Leben tragen und glauben, dass wenn wir sie mit dem Kreuz Jesu verbinden, dass wir darin auch Erleichterung finden. Oder auch, wenn uns manches sinnlos vorkommt, dass wir vielleicht trotzdem Sinnerfahrung machen können, weil er der Gerechteste von allen, den ungerechtesten Tod am Kreuz erlitten hat, dass er auch unser Leiden mit Sinn erfüllen kann. Wir bringen ihm auch andere Menschen in unserer Umgebung, von denen wir wissen, dass sie Kreuze tragen. Oder wir bringen ihm die Nöte und Anliegen der Welt in diesem Gebet. Aber für mich nochmal der eigentliche und tiefere Sinn von alledem ist, dass wir lernen, verstehen lernen, wer er war und wie er war in seiner Passion. Jesus ist, glaube ich, der einzige Mensch, der in diese Welt gekommen ist, um zu sterben. Jeder andere kommt in die Welt, um zu leben. Aber Jesus wird am Ende mit seinen letzten Worten sagen, es ist vollbracht. Das heißt, er geht schon von Anfang an auf diese Dimension des Todes zu, des gewaltsamen Todes, den er auf sich nimmt, um gerade darin und dadurch den Menschen von der Angst vor dem Tod zu befreien, vom Tod überhaupt, von Sünde und den Himmel wieder aufzumachen. Deswegen ist er gekommen, um für uns zu sterben und aufzuerstehen. Mancher Bibel-Exeget sagt uns, dass die vier Evangelien im Grunde alle vier Passionserzählungen mit einer langen Einleitung sind. Das heißt, das, was wir im Folgenden betrachten wollen, das sind die Stationen des Kreuzweges der Passion, die zum Kern des Evangeliums führen. Ich lade sie ein, mit mir mitzubetrachten und mitzubeten. Wichtig ist mir dabei, dass wir die Größe des Geschehens, was da passiert, die Tiefe dessen, was Jesus durchleidet, nicht einfach irgendwie in einer schnellen Erklärung mal dahin sagen. Das wäre fast ein Vergehen an dem, was da passiert ist, sondern ich möchte sie einladen, einfach das Herz zu öffnen, ihn zu betrachten, was er da tut, so sehr wir, so oder so, wie wir es überhaupt verstehen können, mit ihm mitzugehen und hoffentlich dadurch in eine tiefere Beziehung mit ihm zu kommen, weil am Ende geht es vor allem um das. Haben wir zu dieser Gestalt, die da gekommen ist, um für uns zu sterben und aufzuerstehen, haben wir persönlich eine Beziehung zu ihm, eine Freundschaft zu ihm, eine Nähe zu ihm, die auch uns hilft, unser Leben als Christen und Christinnen anders zu bestehen. Ich lade Sie ein, mit mir mitzubetrachten und mitzubeten.